Moin Moin ihr geilen Schnittchen, herz Willkommen zurück zu einer Folge Trouble in Terrorist Town und wir spielen immer noch auf Dunserver. Hallo, hallo. Ich bin voll schneller als Ninja, was kann ich denn noch? Äh, und lautlos. Ich wurde getroffen mit Random Damage, was soll die Scheiße? Ja, ich bin Wissenschaftler ganz ruhig Christian. Ja, einfach so, Mann. Ganz ruhig. Direkt aggressiv. Das ist voll die Creepy, direkt aggressiv. Sexy Jay? Was bin ich? Ich bin Agent, ja. Sexy Jay? Nur ich bin Sexy Jay, ich bin der einzige wahre Sexy Jay, was ist da los? Geheim Agent. Das ist voll creepy. Ich will, dass du jemand andern annimmst. Los, geh Christian nachmachen, das ist okay. Eigentlich müsste man dafür einen Date haben, um sich als Date auszugeben. Das ist immer wichtig. Alter, das ist voll cool. Die klingt immer noch so bescheuert. Hier geht's gar nicht weiter. Christian ist auch hier. Wieso schießt du, Christian? Mensch, Spartaner. Weil der Traitor ist, der hat ja schon direkt aggressiv mich angegriffen. Okay, Christian ist Traitor, der versucht mich wegzuklicken. Ja, da geh ich auch mal von aus. Ich will dir was zeigen. Ja, wieso kommst du denn um die Ecke und klickst mich direkt an? Wir waren Spartaner. Ich hab dich gar nicht gesehen, Alter. Ich bin mit der Taschenlampe aufs Kuh gekommen. Warum bist du denn dann direkt so aggressiv gegangen, Christian? Kannst du mir das erklären? Weil du halt auf Leute geballert hast. Ja, mit dem Newton-Launcher. Ja, Mann, macht auch Schaden. Macht auch Schaden. Dieser Raum hier oben ist voll nice irgendwie. Ja, ist voll creepy. Ei. Jay war ganz schön lange in dem Raum hier drin. Weil ich jemanden nicht gecheckt habe. Mein Newton-Launcher nicht mehr. Okay, Jay ist Traitor. Oder, oder... Jetzt wird es auch noch dunkel. Hier oben in dem Raum ist es immer dunkel. Ja, aber unten hat einer das Licht ausgemacht. Hörst du das Lachen? Ich glaub, sie ist frei. Tötet die ein? Muss die befreit werden? Ja, die ist... Wir brauchen einen Spatenkick, um die Tür zu öffnen. Die ist hier drin. Hier. Wo ist sie hier? Ich bin kein Spartan. Kicker. Hier in der Tür. Wo? Die Tür? Hat einer... Ist irgendeiner... Rieche? Nee, nee. Ich weiß nicht, wer es macht. Rieche. Aber vielleicht kriegen wir den ja noch. Christian, du bist doch Traitor. Du kannst es doch kaufen. Ich bin kein Traitor. Ne, Christian. Christian! Einer hat versucht, mich mit einem Dart anzuschießen. Könnte das gewesen sein. Poison Gun wäre so leise. Da nochmal. Dieses Lachen. Dieses Kichern. Nochmal gerade. Jay hat eine Granate in den Raum geworfen. Wow! Hihihi. 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 Theoretisch ist das mit der Pisse ein Opener. Ja, aber du hast gewalt. Weil alle, die davon getroffen sind, kriegen 30% mehr Schaden. Wie lange denn? Solange die da tropfen. Das sieht man ja nicht. 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 Doch, sieht man. Das sieht man ziemlich gut. Es ist dunkel. Hihihi. Das sieht man durchs Dunkle durch, oder was? Alter, ich sehe ja gar nichts. Da wurde schon wieder die Silent Gun genommen. Da sind die Pisstropfen. Ja. Sexy Jay hat einen Boomerang gehabt. Rechts ist der andere wahrscheinlich. Da in der Ecke. Nein, ich bin's nicht! Ja, tot. Sehr gut. Aber Peter war auch was Fieses. Peter müsste Jakar gewesen sein. Bram ist der Letzte, wenn du noch leben solltest. Christi hat... Ich mach mir jetzt mal unsichtbar. Du bist mir zu heiße. Ich hab keine Waffe. Wap, Bram? Ähm. Ja. Du bist nicht unsichtbar. Ja. Ist auch nicht mehr. Eine Waffe da hat. Hat er auch verdient. Oh Mann. Dass Dalu dich halt verrecken lässt. Ja. Ich hatte keine Muni mehr. Nur einen Schuss. Ja, er musste mit dem Krober ankommen. Oder sowas. Ne, aber in der Sekunde, wo du dich unsichtbar gemacht hast, Dalu bist du... Du siehst meinen Namen immer. Nee, nicht deine Damen. Ich hab dich einfach genauso gesehen wie jetzt auch. Also mit so einem lila Rand drumherum. Also den lila Rand. Hast du das Licht ausgemacht, Bram? Ja. Ich wollte ein bisschen was das machen. Weil da stand nur so Release the Monkeys. Und dann dachte ich, das ist alles klar. Wann heißt das denn jetzt schon wieder geiles? Heißt auf jeden Fall Licht ausmachen. Wo ist beim Jackal-Menü eigentlich diese geile Pistole damit man... Weiß mittig unten. Ich hab die nicht gefunden. Sieht ganz normal aus wie ne Diegel. Ja, ihr habt ne Diegel Version 2 gefunden. Ich bin Spartaner. Alles klar. Ich bin Wissenschaftler. Ja, aber das ist halt relevant, weil ich jetzt einfach die Tür aufmache. Und danach musst du reingehen. Einfach geradeaus gucken beim Reingehen. Fuck, geh da nicht rein. Hä? Wer geht denn da rein? Einfach, müssen wir geradeaus gucken. Warum gehst du denn nicht da rein, Darlou? Ja, dann seh nur ich es. Ich kenn's ja schon. Okay, ich geh rein. Okay, komm. Der Bram geht da rein. Alter! What the shit. Warte mal, ich hab nen Poltergeist. Ich geh jetzt nen Poltergeist rein. Ey, ey, ey. Ich geh jetzt einfach überall in der Gegend. Ja, aber der Poltergeist funktioniert doch, wenn da nen Prop drin ist. Warte mal ganz kurz. Ja, da ist da der Frosch drin. Achso. Da. Der Frosch. Hallo. Wollt ihr treten? What the... Das... Du musst verbrammen. Was kommt denn da raus? Ah! Alter! Aua! Da ist ein anderer gestorben. 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 Erstmal den Mutenlauncher starten. Aua. Jetzt macht der doch den Sparta. Jetzt macht der doch den Sparta. Wir fragen, du Fenner. Du holst den Sparta an. Ja, aber... Das hat gar nicht viel Damage gemacht, oder? Nehmt Drado eigentlich. Drado war Traitor. Alter. Alter. Loll. Ich hab nen Traitor da mit Random weggemacht. Ah, ey! Du bist Schöpter. Ah, du wolltest dich wegdrehen, Mom. Am Arsch! Hä? Du hast ihn noch weggekickt und der steht genau neben mir. Aua! Was? Ich bin nicht unsichtbar! Wie soll ich denn unsichtbar sein? Du bist unsichtbar! Wieso? Bin ich unsichtbar, dann ist das Backe! Der ist unsichtbar. Ich bin aber nicht unsichtbar! Ne, echt doch! Du läufst nur als Waffe rum. Also man sieht nur deine Waffe fliegen. Hey, welche Rolle warst du? Ja, das ist ein superfabiertes Dacke gewesen. Welche Fraktion? Der Karl. Ja, okay. Hast du das Ding weggeworfen? Und was Zeitkicker haben wollte. Ja, genau. Wenn du unsichtbar gehst und dann das Ding wegwirbst, dann bleibst du unsichtbar. Oh lol, Alter! Was soll ich das denn riechen? Kurz bevor ich gestorben bin, wollte ich den Satz anfangen mit J is Traitor und dann war ich tot. Das hat dir richtig den Abschluss gerettet. Oh, das war... Das war die... Ich wusste das nicht. Man erkennt ja nicht mal, dass man unsichtbar ist. Ich hätte dich gerade abgeballert und dann trifft mich dieser blöde Poltergeist. Geil. Der war auch total random da durchgeflogen. Und Christian, hast du mir die Traitor-Rolle gegeben? Ich war nämlich Indoor. Ja, okay. Wart ihr denn auch drei Traitor? Nee, ich war ja tot. Er hat nur meine Leiche aussehen lassen wie ein Traitor. Ah, dat war die Sache. Okay. Warst du da schon mal drin, Peter? Wo drin? Hier. Aua! Schon wieder der doofe Poltergeist. Schon wieder der doofe Poltergeist. Jetzt müssen wir gar nicht hochsnacken. Ey, hau ab, Alter. Da ist der Poltergeist. Ja, hau ab, Alter. Da ist der Poltergeist. Ja, hau ab, Mann. LOL! Okay, warte. Der ist gerade vor meiner Nase gestorben. Wer? Hier sind vier Leute bei mir gewesen. Da ist irgendwas passiert. Und wann hat der Stuhl? Der ihn gefickt hat. Peter, ich bin doch immer noch ein Stuhl. Wie soll ich Leute ficken, Alter? Ich bin immer noch ein Stuhl. Ich bin immer noch ein Stuhl. Schuriken, der ist mit dem Schuriken gestorben. Wer ist von euch Schuriken? Wer ist von euch das Ninja? Na, ich habe einen Sparta-Kick. Hä? Ich nicht. Ich bin ein Stuhl. Sepp ist es. Ein Sparta-Kick? Ja, und dann stehst du da in der Ecke, ne? Ja, weil ich hier halt stehe. Dalu, Dalu, Dalu. Dalu. Alles klar. Du bist jetzt selber schuld. What the fuck? Ich hätte nicht gedacht, dass du hinterher kommst. Ich wollte Suizid, deswegen bin ich reingesprungen. Ich bin explodiert, als ich gestorben bin. Ich wollte beide damit töten. Alter. What the fuck? Und kurzzeitig dachte ich, jawohl, da sind ja beide. Und dann habe ich gesehen, dass das Peter war. Wer von euch war jetzt der Ninja? Äh, ich. Du konntest aber auch sehen, wenn du Tab drückst, weil der Buggy ist. Ja, den Ninja sieht man ja immer noch. Ah, loll, den hat ich wieder vergessen. Äh, sorry. Wer ist Ninja? 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 Wer hat jeder von uns vergessen? Hat Sepp dich schon getötet oder? Ja, Sepp hat mich erschossen und dann bin ich explodiert. Ja, deswegen bin ich schon getötet worden. Ja, genau. Dann geht meine Bombo. Das dauert ein paar Sekunden. Eigentlich schreibt man, wenn man die Märtyrergranate kauft, ein M in den Chat. Aber ich dachte, das klappt jetzt so. Wer ist denn die Märtyrergranate? Oder du explodierst zwei Sekunden, nachdem du tot bist. Okay. Das war wieder kein Beschwerd. Nice. Oh, ich hab Random Damage abgekommen. Ja. Ich mach den J-Bahn. Na gut, aber diesmal hab ich ja sogar angekündigt, dass er kommt. Aber irgendwie... Ich war grad im Shop. Ich hatte nicht aufgepasst. Wann hast du, dieser Random Damage ist okay. Ist ja nicht so, dass wir den einfach auch nicht benutzen. Den Random Damage müsstest du eigentlich benutzen, wenn du letzter Inno willst gegen zwei Trailer. Hast du die größte Chance? Dado, komm mal her, ich hab einen Mad Kit. Das stimmt eigentlich, aber... Kann ich doch heilen. Dado hat tatsächlich den Damage bekommen vom Random Damage. Komm mal her. Dankeschön. Ja, guck mal hier. Der Priester, ja. Sepp, der kleine Schweinepriester, hat auch noch das Auge. Du hast doch das fiese Auge. Auf der Terrasse hast du... Genau, hier, guck mal, willst du es haben? Nein, nein. Ich hab gerade geheilt. Was macht denn das Auge? Das verbrennt. Shadow Priest. Tear Priest. Oh, einer hat den Geist released. Eder, was hast du denn für ne krasse Auge? War auch schon einer drin beim Geist? Nee. Stachel aus. Das war ne Smoke Grenade. Was willst du denn? Am Arsch, willst du den Geist mal sehen? Was willst du denn? Das war ne Smoke Grenade. Hey, hey. Willst du den Geist sehen? Nee, will ich nicht. Ich geh da nicht rein. Ich sterbe ich doch. Jay hat die Bram hat die... Ich sterbe ich doch. Nein! Es lohnen Jump Scare. Ich hab das Motto nicht geschmissen. DALU! Das kann ich mir nicht vorstellen. DALU ist es! Als ob DALU das ist. Nee. Jay hat sich selber weggemacht. Jay hat sich selbst gekillt. Gute Waffe habe ich. Mann, 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 Jay. Jay hat sich selbst gekillt. Armer Terrasse. Oh Gott. DALU müsste weggeburnt worden sein. Das ist ja, hast du den gerade weggeklickt? Nee. Was soll ich den denn machen? Da. Nein, der hat nicht getroffen. Oh, was ein Arsch. Wie lang geht das eigentlich? Oh, ist der weg? Bälle of the Cripples! Mit welcher von relativ schnell aus? Drei Punkte hast du noch. Das war doch wieder die Tanksgun, oder? Ja. Nein, die Freezegun. Ah, okay. Die Freezegun rät nicht lang. Warum legst du denn oben vor die Tür? Ja, ich weiß. Fünf Sekunden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die kleine... Weiß ich nicht. Vielleicht war ich dann auch. Ja, ich sag doch. Warum legst du die da vor? Ja, einfach nur. Just for the Trolls. Ja, aber du kriegst doch dadurch mega Minuspunkte. Ist mir doch egal. Just for the Trolls. Wie ist denn Dennis bitte gestorben? Ja, durch meine Bärenfalle. Wir knallen den Jäger immer ab, wenn er die Falle random legt. Und Dennis steht jetzt vor mir einfach. Aber Christian war ja trotzdem Traitor, ne? Ja, war auch ich schon. Ja, okay. Aber du war ja trotzdem einfach frei. Ja, weil durch den Sakal ist er eh... Eigentlich ist er für dich selber, aus seiner Perspektive, wahrscheinlicher mittlerweile, jemanden zu treffen, der böse ist, als jemand, der gut ist, oder? Hier ist ein Geschenk. Ja. Das ist ein Geschenk, Peter. Komm, geh mal hin. Als Schakal sind doch alle gegen dich. Aber warte, ich bin Seher. Ne, wenn du innocent bist... Kann ich jetzt Seher nochmal? Hast du das sehen? Einen Innocent-Kollegen, äh, zwei Innocent-Kollegen, zwei Traitoren und ein Schakal. Oh, jetzt ist Christian! Ja, das weißt du ja nicht. Moment. Jetzt, ihr Pisse! Peter! Warum machst du hier nicht? Ja, Peter ist es. Peter ist es. Alles klar, Peter ist es. Loll! Ja, gucken wir uns doch mal an, ob es der hat ist. Aber jetzt habe ich dann nichts mehr... Oh! Der hat Christian einfach weggemacht. Ja, ich habe den nicht einfach weggemacht. Doch. Nein! Jay auch noch. Der hat den Grund! Hallo Jungs! Ich hör nochmal zu, ne? Komm, mach mal die Tür auf und warte! Ohne Scheiß, vertrau mir! Ne! Vertrau mir! Ne! Deine Mutter vertraut dir, Alter! Alter, ich hätte dich in mein Team geholt, du Pfeife! Oh! Aua! Du, wärst in meinem Team besser aufgehoben, denn euers wird jetzt verlieren. Das ist Jay nämlich schon tot. Dann nehme ich Sepp. Sepp, warte! Komm her! Ja, schade. Gewinn ich halt alleine. Ja, das glaube ich nicht. Hab dich doch gehört, Bram. Das kann sein. Ja. Na, schnuck. Wo bist du hingelaufen? Oh! Ich hab ne Idee. Alles oder nix! Nein! Was macht denn das Geschenk im Zweifel? Entweder heilt es dich oder du explodiertest. Oh! 50-50! Schade! Oh! Nice, Bram! Bram, ey! Ich hätte dich gerne in mein Team geholt. Ne, ich war schöner! Ich hätte dich auch in mein Team gelassen! Ja, wollte ich ja dann, aber er hat mir den Rücken geschossen. Wie viel? Mit diesen ganzen zweiten Weltkriegswaffen, kannst du doch die alle kacke sind? Ja! Warum habt ihr die dann alle? Damit es mehr Waffen gibt. Ich bin Wissenschaftler. Manchmal muss man da mitspielen, ja? Ich muss diese paranormalen Aktivitäten untersuchen. Ja! Peter, du kommst hier nie wieder raus. Ich hab gerade Random Damage bekommen. Komm her, Peter! Was machst du da? Ich heil! Hey! Peter, wo bist du? Ich bin ein neder Priester. Duriken! Ja, ich bin bei den, bei den bösen, äh, bei... Holder Geist! Ja, was? Oh, das tötet mich! Bei den bösen Geistern bin ich. Das hab ich fast selber getötet. Bin auch da oben. Oh! Oh! Kann ich mich selber... Andere Taste, ja. Das ist eine für dich und eine für mich. Da du, tötet mich! Da du! Voller Geist! Christian, pass auf! Nicht da reingehen! Was ist das für ein Sound, Alter? Oh! Ja! Da liegt ne Leiche. Ja! Da liegt ne Leiche! Ne, ne, ne! Ne lag auf deiner Seite der Tür und du standst direkt davor! Sepp ist es! Sepp ist es! Sepp ist es! Da drinnen! Ich kann ne Fake-Leiche sein, Jay! Hinter der Tür direkt! Ich häng fest? Direkt an der Tür liegt ne Leiche! Es kann sein, dass er damit die Tür halt baiten will! Hier liegt ne Menge... Weißt du, hier liegt ne Menge Leichen! Ich kann jetzt nicht eh drücken, Alter! Sonst krieg ich die Tür nicht auf! Ich sag eher, die untere ist ne Fake! Hör auf! Ich werd gar nix hier andrücken! Kann ich die... Oh du tanzt! Von tot getanzt? Der hat gerade die Leiche geholt! Der hat gerade die Leiche geholt! Geh hoch! Geh hoch! Der kann eh drücken! Da drückt er mir nen One-Click! Das ist doch... Nicht normal, Alter! Hella, du bist Back in Action! Ich bin Back in Action! Wie ist das passiert? Ich hab eben nen number-D-Difig abgenommen! Zum Kopf! Scheiße! Geil! Jawoll! Das war kack, los! Da liegen da 2 Leichen bei mir vor der Tür! Die Falsch hab ich reingenommen! Ich hab Angst gehabt, wegen dem Ding, wegen der Bärenfalle. Ja, du bist rückwärts in meine Bärenfalle reingelaufen, die eigentlich verkehrt aber. Ach, Kacke! War jetzt irgendwas da von ne Fake? Nein, aber da lagen halt so viele Leichte. Ja, 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 ich verstehe das schon. Das waren ja so Suspekte. Ich hätte dem auch nicht getraut. Bam, wie bist du hinter mich gekommen da oben? What the fuck einfach nur. Es stand die ganze Zeit da oben drin. LOL. Also, ich bin da oben auf dem Meer rumgelaufen, hab dann unten das Licht ausgemacht, hab dann meine heiße Sache geguckt. Bin durch die Tür gelaufen und dann warst du halt da drinnen. Dann ist er halt nicht hinter dir. Okay, komm, du drückst halt mal ab. Das hab ich halt null gesehen. Crazy Wissenshoffler. Poltergeist, 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 Poltergeist. Wir haben Poltergeist, du willst doch nur Leute umwegen. Da ist einer tot. Es spukt. Haben Poltergeist von unten. Achso, doch kein Heder. Warum hat unten nen Heder gekriegt? Hat nen Heder gekriegt? Einfach so? Von wem denn? Achso, hat er was gesagt. Von wem denn? Der lag da halt einfach in der Tür und da steht halt drinnen ein Heder. Ja. Oh, da du ist es. Da du weißt du mich mit dem Stehball machen. Wer hat den jetzt hier gekillt? What the fuck? Ja, auf keine Ahnung. Der ist schon noch hart am Start. Ja. Da. Der Chris hat bestimmt da jemanden getötet. Was? Naja, was? Ich hab dir erstmal einen Poltergeist auf dem Sack. Ja, aber auch auf mich! Ein Poltergeist. Wann ist das für ne Scheiße? Wann ist das? Wann ist das? Wann ist das? Ah! Autsch! Ja, aber mein Typ zieht ganz komisch mit so... Hä? Ich checke hier überhaupt nichts, also gar nichts mehr gerade. Ja, wir sind die letzten beiden, oder? Nee! Christian ist hier noch zwischen uns. Das ist dann aber tot. Nein, nicht da zwischen uns. Warte mal. Der hat lebens getriggert. Wieso stand bei dem Innocent? Moment. Hallo? Fick dich, Peter. Christian? Peter? Wie viele Leute stehen bei dir oben links noch als lebend? Ich bin Innocent. Sag mal. Kannst du mir nicht sagen, was, Jay? Kann der nicht. Oh Gott. Boah, das war ich knapp. Christian, was bist denn du eigentlich? Bist du Innocent, oder bist du Traitor? Weiß ich nicht. Das ist doch ne Lüge, jetzt muss ich dich töten. Wieso wurdest du mir denn als Innocent angezeigt? Weil... Dead Ringer? Ah, Dead Ringer. Schade, Christian. Er hat echt wenig links. Ey, ohne Scheiß. Da ist genau dann der Tick gekommen von meinem Seher. Und... Ich denk immer so... Da ist niemand. Und das kommt da vor meiner Nase. Was ist denn da jetzt wieder passiert, ey? Christian, wenn du nichts gesagt hättest, als du den Dead Ringer geschossen wurdest, hätte Peter, glaub ich, weitergeschossen auf Jayme. Ja. Alter, was ist das für ein komischer Raum hier, wo die Dinger immer baggen? Was? Das ist ja geiles, Peter. Moment, welche Dinger baggen denn? Warum? Wo die Dinger... Die Regale? Die baggen nicht, die kannst du drehen mit E. Ja, ich drück da aber nicht E. Ja, wahrscheinlich sprintest du aber dran vorbei. Also drückst du doch E. Also drückst du doch, du hast recht. Peter ist verflucht. Rammen, Christian und... Er hat mich durchschaut. Der Stuntman, was kann ich denn als Stuntman nochmal... Kein Explosions... What the? Fuck you, Alter. Die Tür ist gerade so ein halben Zentimeter beim Poppopfweiger. Christian, komm mal zurück in den großen Raum. Nein. Mach mal die Exit-Tür auf. Leute. Aber nicht durchgehen. Ich bin ne Blumer. Du darfst nicht durchgehen. Die Exit-Tür? Ja, nein, unten in dem großen Raum. Hier hinten bei mir. Hä? Ne, Moment. Die hier. Aber da darfst du nicht durchgehen. Das ist das Jenseits. Lass die Blume entziehen. Da werden... Da werden die Seelen gesackt. Du musst dich mal mal ein kleineres machen. Wie ist er eigentlich mit deiner Plasmaganate draufschmeißen? Alter. Junge. Alles klar. Peter ist fast tot. Oh, da ist Peter zurückgestorben. Und zwar von... Ich schmeiß Peter ins Jenseits. Der ist glaube ich weg daran. Wer fehlt uns hier noch? Ne, ne. Der ist erschossen worden. Tschüss Peter. Ja, Bram hat sich direkt verpisst. Also rate mal wohl. Ja, dann denk ich... Und wem. Der hat doch bestimmt noch ne Falschgegangen. Wieso machst du die ganzen Spartan? Ja, wieso denn nicht? Weil er hat der einzige Wur ist, den er kann. Uh, gruselig. Der Ramm ist hochgegangen, glaube ich. Viel zu schnell! Ja, dann ist das so schnell! Hä? War... Was für ne... Superscharf! Er wollte superscharf durch die Gänge. Ahhhh! Das ist viel zu schnell. Gut. Dann machen wir das halt. Au! Hey, Zip! Moment! Wer liegt denn jetzt noch? Bestimmt Jay, oder? Nein! Ach, das war zu spät. Äh, wieso? Doch! Doch! Ist doch gewohnt! Wenn beide gleichzeitig sterben, dann bin ich Traitor. Hast du meinen? Hast du meinen? Seeeep! Nicht mehr gehört, Christian? Anscheinend nicht. Offensichtlich. Okay, das Schaf ist echt crazy. Kann man das auch selber zünden, oder? Ja, ich glaube, du kannst auch linke Maustaste durch. Ja, okay. Ich kann man das langsamer machen. Das ist draußen, das ist nice. Aber dann nicht indoor. Ja, ich dachte mir so, cool, weißt du, stell ich mich um die Ecke, lass das Schaf links um die Ecke laufen, und renne mich durch die Gänge, aber no chance. Wahnsinn, das Gallopierende Wollschwein fick dich einfach ähnelt. Aber richtig hart. Wollte ich wenigstens in deinem Sinne das nochmal benutzen, Bram. Wir haben die Tür zum Jenseits geöffnet. Oh, ich sehe, wo jeder ist. Geil. Direkt wieder beim Damage zündet, ja. Ja, deshalb habe ich mir auch Schaden, ihr Penner hier. Ich bin ja ne gute Waffen. Hallo, Bram. Bist du durch? Poltergeist, Poltergeist. Vorsichtig mit dem. Hey! Oh, hier war ich noch nicht drin. Ihr könnt alle einfach da unten bleiben, das finde ich gut. Die Klos kann man nicht aufnehmen. Woher weiß denn du, dass wir alle hier unten sind? Oh, ich sehe ab innen. Heda, komm zu mir. Heda, geh weg. Lass mich da einfach nur rein. Lass mich da einfach nur rein. Hier ist einfach keiner. Ich weiß, dass hier mich von hinten keiner killen kann. Das finde ich gut. Finde ich aber kacke. Hey! Hey! Du Ficker! Ich bin unten im Hauptraum. Da war noch wer bei. Der hat mich nie geblüht. Ich tanze. Scheiße! Ich bin super tot. Was ne Assi-Aktion, ihr Ficker! Feder ist der andere Ruf bei mir! Leute, da ist der andere Ruf! Leute! Okay, das sind ganz schön viele Tore. Hallo! Gibt hier noch einer? Ja, warte mal ganz kurz. Ne, der ist dumm. Der ist leider braindead. Bieder knapp, ey. Nur weil er eine Leiche gefressen hat. Mann, ey. Welcher Wichser hat mich tanzen lassen. War ganz schön nice, wie du am Updance machst. Scheiße! Du standst da halt so still. Ich weiß auch nicht, was du vorst. Du wolltest dich als Prop da hinstellen, ne? Ja, genau. Ich wollte mich einfach schön verstecken. Oh Mann. Böse. Aber du bist doch eh nur ganz kurz. 20 Sekunden. 20 Sekunden reichen, um mir Leute zu auszuspülen. 20 Sekunden. Mr. Error Bram. Wart ist der, der ein Error-Dingens hat? Noch keiner, oder? Ja, aber vielleicht waren die auch Leute. Ich bin Seher. Ich kann euch heilen. Ich bin Amager. Was ist das? Amaterasu? Das Auge zum Abfackeln. Du kannst Feuer abschießen. Oh cool. Ach Jay, du hast gerade den Dings benutzt, oder? Random Damage. Random Damage. Jep. Wer hat den dann abgekriegt? Ja. Ich glaube, das ist die letzte Runde. Jay, geh weg. Jay, geh weg. Das ist immer quitsch. Wie so ein Hund. Jay, geh weg. Sagst du eigentlich selten zum Hund. Dalu. Ich hab Dalu getötet. Ich bin Magier. Ja, ich dachte gerade, ich hab dich mit einem weggekickt. Oh nein. Dalu kann es tot. Das ist eh noch. Das ist aber nur ein Zaubertrank. Da tanzt einer von der Tür. Ja, sorry. Scheiße. Dalu, du Wichster. Hallo? Ihr Mörder. Au. Warum schießt du mich an? Seb, warum willst du mich töten? Ich seh ja völlig so gut. Mach mal dein Item an. Dalu is it auf jeden Fall. Welches denn? Ne? Was hast du vorhin? Ich sollte Dalu abschießen. Der ist böse. Ne, da sollten wir abschießen. Dalu sollten wir abschießen, Alter. Ich dachte, damit du unsichtbar bist, dann kannst du scouten gehen, Dalu. Ich bin nur Magier. Kein Zauberkünstler. Falsch Waffe. Sind die denn alle hier bei uns? Oh. Was ist das mal? Was ist das mal? Ach du Zaubertrick mit der Crowbar. Wo denn? Was? Oh, der Dracala hat gewonnen. Nice. Fuck. Okay. Die Runde geht an Sepp mit 61 Punkten. Nice one. Glückwunsch und bis zum nächsten Mal. Hau klein, ciao. Ciao. Tschüss.